Hallo und willkommen zu dieser Kollektivlegung für alle 12 Sternzeichen. Ich freue mich, dass du hier bist und wir schauen uns jetzt an, was die Karten dir zur kommenden Zeit mitgeben können. Wir starten dabei mit dem schamanischen Traumweg und schauen mal, was wir die Karten verraten wollen. Also, was kommt hier auf dich zu? Was spielt sich bei dir ab? Was solltest du wissen? Welche Themen, welche Energien sind derzeit relevant für das YouTube Kollektiv? Worauf solltest du aufmerksam gemacht werden? Worauf möchten dich die Karten hinweisen? Und da haben wir verirrt mit dem Thema Orientierungssuche, die Gönnerin mit dem Thema Gunst und Großzügigkeit, sowie das Nadelöhr mit dem Thema Intentionalität. Die Nummern 36, 3 und 17 könnten auf irgendeine Art und Weise mit dir resonieren. Vielleicht ist hier jemand 36 oder vielleicht hat jemand am 3. oder 17. eines Monats Geburtstag. Schau, wie es für dich resoniert. Aber was hier für mich durchkommt, ist, dass du in der nächsten Zeit herausfinden könntest, was dein Weg, deine Absicht ist, dein Ziel ist, deine Aufgabe ist. Weil mit dieser Verirrtkarte sehen wir hier, dass es noch irgendetwas gibt, wo du vielleicht bisher auf Orientierungssuche warst und nicht ganz wusstest, welchen Weg soll ich einschlagen. Mit dem Nadelöhr und dem Thema Intentionalität scheint sich das aber zu verändern, weil wir jetzt ein klares Ziel haben. Das heißt, ich glaube, dass du eine Art Absicht formst, dir ein Ziel steckst, herausfindest, welchen Weg du wählen möchtest in einer Angelegenheit oder wie es weitergehen kann, wie du eine Art Ziel erreichen kannst. Wir schauen uns das gleich genauer an, was das hier ist, welcher Weg das ist, der sich dir offenbart, welche Absicht du formst. Aber was hier auch noch durchkommt, ist, dass es jemanden geben könnte in deinem Umfeld, der relativ großzügig ist. Großzügig ist mit seiner Zeit, seiner Aufmerksamkeit, seiner Unterstützung. Jemand könnte hier wirklich dir seine Aufmerksamkeit schenken und versuchen, für dich da zu sein. Natürlich kann es auch andersrum sein, dass du den Menschen in deinem Umfeld gegenüber großzügig bist und versuchst, da etwas zurückzugeben. Aber sagen wir es so, hier kommt das Thema Zuwendung durch. Irgendjemand ist hier für irgendjemand anderes da in der kommenden Zeit. Und ich glaube, das wird sehr, sehr schön sein, egal ob das von dir ausgeht oder von jemandem in deinem Umfeld, der sich auf dich konzentriert hier. Lass uns das genauer ansehen. Was können dir die Demiustaro-Karten mitgeben zu dieser Gönnerin oder dem Gönner? Wer ist das genau? Mit wem hast du es hier zu tun? Oder bist das vielleicht sogar du selber? Wer ist hier besonders großzügig? Und was ist das für eine Absicht, für ein Ziel, was du dir hier steckst, die sich hier entwickelt? Welcher Weg wird für dich klarer? Wir haben hier die gehängte Muse, die zwei der Stimmen und die fünfte Inspiration. Eine Karte hätte ich gerne noch aus dem Maniustaro-Deck für dich dazu. Und dann gehen wir zur Erklärung über. Und da haben wir die acht der Materialien. Okay. Wir schauen uns die Karten der Reihe nach an und starten mit der Erklärung der gehängten Muse. Wofür steht die gehängte Muse hier bei dir? Was solltest du zu gehängten Muse mit dem König der Schwerter und dem Hierophant wissen? Und bitte beachte, wie immer, dass es sich hierbei um eine allgemeine Leitung handelt, die nicht zu 100 Prozent mit jedem Einzelnen resonieren kann und wird. Nimm nur die Nachrichten für dich mit, die sich richtig anfühlen und mit dir in Resonanz gehen und lass den Rest einfach für andere übrig. Hör immer auf deine eigene Intuition. Die wird dir sagen, was hier für dich passen könnte und was nicht. Aber das sind schöne Karten. Wir sehen hier Luftenergie, Wassermann, Waage, Zwillinge, besonders Sternzeichen Wassermann kommt hier durch. Und das Sternzeichen Stier mit dem Hierophant kann also sein, dass da eins deiner Sternzeichen oder dass dein Sternzeichen irgendwo dabei ist. Es kann sein, dass du es mit einem dieser Sternzeichen in deinem Umfeld zu tun hast. Aber ich sehe, dass diese Absicht, die du entwickelst, dieses Ziel, das du dir steckst, hier geformt wird. In der ersten Spalte sehen wir, dass du vielleicht noch irgendwo so ein bisschen festhängst. Aber mit dieser Stagnation der gehängten Muse geht meistens auch ein Perspektivenwechsel einher. Die gehängte Muse kann dadurch, dass sie hier so rumhängt, Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten, als wenn sie aufrecht stehen würde. Diese Kopfübersituation, diese verirrte Situation, diese Orientierungssuche, ermöglicht es dir, Dinge aus einem anderen Standpunkt zu betrachten. Okay. Vielleicht kommt es dir so vor, als wäre irgendwo alles kopfüber, als hättest du irgendwo nicht wirklich den Durchblick. Aber das liegt nur daran, dass die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachtet werden sollen. Versuch die Tatsache, dass Dinge kopfüber stehen, nicht als etwas Negatives zu sehen, sondern als etwas Positives. Weil du hier etwas anders wahrnehmen kannst, als du es sonst tun würdest. Ja, es gibt hier eine Situation, wo du das Gefühl haben könntest derzeit, dass Dinge so ein bisschen durcheinander sind. Dass Dinge chaotisch sind. Aber ich glaube, das sollen sie sein, damit du das erkennen kannst, was du erkennen sollst. Aber um es ins Praktische umzusetzen oder zu übersetzen, will ich dir ein Beispiel mitgeben. Mal angenommen, du merkst aktuell, dass du irgendeine Art von beruflicher Veränderung brauchst, weil dein alter Arbeitsplatz irgendwelche Veränderungen durchmacht und es da nicht mehr so ist wie früher oder dir fehlt die Leidenschaft, wie auch immer. Jetzt bist du vielleicht in einer Position, wo du dich mit vielen verschiedenen Möglichkeiten beschäftigst und alles so ein bisschen durcheinander ist. Du noch nicht wirklich klar siehst, welchen Weg du wählen möchtest. Aber ich glaube, du kannst deinen Weg nur deshalb finden, weil du dich eben mit so vielen verschiedenen Möglichkeiten beschäftigst. Du kannst deine zukünftige berufliche Erfüllung nur deshalb finden, weil du dich mit dem Chaos auseinandersetzt. Okay, wenn du weiterhin in der geordneten alten Situation an deinem alten Arbeitsplatz bleiben würdest, dann würdest du nicht diesen potenziellen neuen Arbeitgeber sehen. Den kannst du erst sehen, wenn du dich dem großen, weiten Arbeitsmarkt öffnest. Okay, und wie gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel. Hier kann es auch um ganz andere Situationen für dich gehen. Vielleicht wagst du dich raus ins Datingleben, was etwas verwirrend sein kann, zugegebenermaßen. Aber nur wenn du das wirklich tust und dich dem Chaos öffnest, kannst du das für dich finden, was mit dir resoniert, was dich glücklich machen kann in Zukunft. Ja, also ich glaube, aktuell fällt es dir vielleicht noch schwer, hier den Durchblick zu bekommen. Aber ich sehe, dass dieser Durchblick sich entwickelt, dass du in der nächsten Zeit mehr Klarheit darüber erhalten wirst, was für dich funktioniert oder resoniert und was eben nicht. Und dadurch kannst du deinen Weg finden und es wird sich hier ein klarer Weg abzeichnen. Du wirst in der nächsten Zeit wahrscheinlich klarer sehen, welcher Weg für dich der richtige ist. Auf welche Person, auf welchen potenziellen neuen Job, auf welchen potenziellen neuen Wohnort oder wie auch immer du dich konzentrieren möchtest. Was für dich einfach der richtige Weg ist. Es wird klarer werden, wenn du dich dem Chaos da veröffnest. Ja, und ich sehe hier auch gerade, dass eine Verbindung mit einem Luftsternzeichen oder Sternzeichenstil irgendwo sehr tiefgründig sein könnte in der nächsten Zeit. Ich habe zwar das Gefühl, dass diese Verbindung nicht unbedingt spannend ist in Bezug darauf, was ihr tatsächlich macht oder gemeinsam unternehmt. Da sehe ich jetzt nicht so viel Weiterentwicklung. Ich habe das Gefühl, dass diese Weiterentwicklung eher auf intellektueller oder sogar spiritueller oder emotionaler Ebene passiert. Ich glaube, du kommst dir jemandem näher, ohne dass man das an irgendwelchen äußeren Entwicklungen festmachen könnte. Aber es gibt hier ein Gefühl von Verbundenheit. Was zwischen dir und jemandem in der nächsten Zeit entstehen könnte. Auch wenn im Außen nicht besonders viel zwischen euch passiert. Lass uns die zwei der Stimmen genauer ansehen. Wofür steht die zwei der Stimmen hier bei dir aktuell bzw. in der kommenden Zeit? Was sollte das Kollektiv, was sollten die zwei Stimmenzeichen noch wissen hier mit der zwei der Stimmen? Zu zwei der Stimmen haben wir die drei der Münzen und die fünf der Münzen, sowie den Herrscher. Ja, ich sehe, dass es hier eine Angelegenheit gibt, wo du vielleicht unentschlossen bist. Aber es wichtig ist, die Initiative zu ergreifen und dich zumindest zu bemühen, hier eine Lösung zu finden oder etwas an der Situation zu verändern. Ich weiß nicht, ob das eben was mit dieser Situation zu tun hat, wo du bald einen Durchblick bekommst oder ob das eine andere separate Angelegenheit ist. Aber ich sehe, dass es hier eine Situation gibt, die vielleicht ein bisschen besser aussehen könnte. Und wo du etwas tun sollst, eine Entscheidung treffen sollst, handeln sollst, irgendwas machen sollst, damit diese Situation sich verändern kann. Selbst wenn du noch nicht genau weißt, was, selbst wenn du noch nicht genau weißt, wie, selbst wenn du dir nicht sicher bist, ob das, was du hier machst, sage ich mal, dich weiterbringt. Aber ich glaube, alles ist besser als diese Unentschlossenheit, alles ist besser als nichts zu tun. Ja, mit dem Herrscher sehen wir hier, dass du Initiative ergreifen sollst, dass du Verantwortung übernehmen sollst für die Situation, wie sie ist. Und wenn du auch erst mal nur handelst, indem du recherchierst, was kann ich in dieser Situation tun, was sind meine Möglichkeiten. Aber irgendwo sollst du ein Problem am Schopf packen und das Ganze in Angriff nehmen. Okay. Lass uns genauer anschauen, was das sein könnte. Das ist mir noch ein bisschen zu vage hier. Für manche könnte es vielleicht um irgendeine Art von finanziellen oder beruflichen Problemen gehen. Und was ist das hier genau für eine Situation, in der du dich stellen sollst? Wir haben hier den Knaben der Stimme. Ja, es ist eine Situation, die du vielleicht in der letzten Zeit eher erstmal beobachtet hast, weil du dich nicht bereit genug gefühlt hast, hier tatsächlich etwas zu tun. Aber du sollst aus dem Beobachten rauskommen, glaube ich. Du hast genügend Infos gesammelt. Ja, mit dem Nahen. Sei mutig. Mach den ersten Schritt in eine neue Richtung. Du hast genügend beobachtet. Du hast genügend nachgedacht. Du hast genügend analysiert. Auch wenn du das Gefühl hast, dir fehlen noch irgendwelche Infos. Ich denke, hier gibt es irgendeine Angelegenheit, wo du den ersten Schritt machen sollst. Auch wenn du noch nicht genau weißt, wo der dich hinführt. Ja, warum geht es hier? Auch wenn du das Gefühl hast, in einer Verbindung wurde irgendetwas in letzter Zeit nicht wirklich angesprochen oder geklärt. Es gibt irgendwas, was du klären möchtest. Ich glaube, wenn du das nicht ansprichst, dein Gegenüber wird es vielleicht auch nicht tun. Deshalb, je früher ihr das aus der Welt schaffen könnt, desto besser. Ja. Irgendeine Situation ist hier eingefroren so ein bisschen. Und damit das Ganze zu schmelzen beginnen kann, musst du etwas in Bewegung bringen. Bewegung erzeugt Wärme und Wärme bringt dieses Eis zum Schmelzen. Und deshalb glaube ich, es ist gar nicht mal so wichtig hier, die perfekte Bewegung, die perfekte Vorwärtsbewegung zu finden. Sondern es ist wichtig, überhaupt hier irgendeine Art von Bewegung reinzubringen in eine Situation, die so ein bisschen unterkühlt und eingefroren ist. Wie gesagt, für manche könnte das eine Verbindung sein zu einem Freund oder Partner, Partnerin, einem Familienmitglied, wie auch immer. Aber wenn du das Gefühl hast, die Stimmung ist hier so ein bisschen unterkühlt, such das Gespräch, versuch das Ganze anzugehen. Ob du das Ganze direkt klären möchtest oder ob du generell erstmal versuchen möchtest, hier einen Anknüpfpunkt zu finden und erstmal vorsichtig das Gespräch zu suchen, ist letzten Endes vielleicht irrelevant. Hauptsache, du ignorierst hier etwas nicht, okay. Und genauso wie gesagt, kann es für manche um ganz andere Angelegenheiten gehen. Für manche habe ich das Gefühl, dass ihre finanzielle Situation so ein bisschen festgefahren ist, eingefroren ist. Es ist fast so, als hättest du nicht Zugang auf irgendeine Art von finanziellen Polster oder so. Ich weiß es nicht genau. Und du sollst hier irgendwas tun, um das wieder aufzutauen. Um hier wieder Bewegung reinzubringen. Ich weiß nicht genau, was das hier ist, aber nimm es mit, wie es für dich resoniert. Ich denke, es ist wichtig, hier zu handeln. Wie du das tun möchtest, das liegt bei dir. Aber ich glaube, du solltest nicht länger in dieser Unentschlossenheit verweilen. Okay, lass uns die fünfte Inspiration genauer ansehen. Worum geht es mit der fünfte Inspiration hier? Für das Kollektiv. Welche Nachrichten, welche Botschaften sollten hier noch durchkommen? In dieser Allgemeinlegung für alle zwölf Sternzeichen. Zur fünfte Inspiration haben wir die sieben der Schwerter. Okay, interessant, was hier durchkommt. Ich habe das Gefühl, in irgendeiner Angelegenheit gibt es zu viele verschiedene Meinungen, zu viele Menschen, die irgendwie involviert sind und alle ihre eigene Ansicht zu etwas haben. Und dadurch, dass es hier so viele unterschiedliche Meinungen gibt, wird es schwer sein, hier irgendwo auf einen Nenner zu kommen oder Klarheit zu finden oder herauszufiltern, was die richtige Meinung, die richtige Herangehensweise ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es hier ein Rauschen gibt. Wie bei so einem alten Radio- oder Fernsehsender oder so. Solange du zwischen den verschiedenen Sendern hin und her switchst, solange du nicht die genaue, richtige Frequenz quasi findest, wird das Signal immer unklar und rauschend sein. Hier kommt so ein bisschen durch, dass es eine Situation gibt, wo zu viele Sender anwesend sind, wenn so viele Personen ihre Meinung äußern und dadurch wird etwas sehr unklar. Ich glaube, es ist wichtig hier, dich auf die Sender, die Personen, die Meinungen zu konzentrieren, die wirklich relevant sind, die du wirklich herausfiltern möchtest. Filtern ist wichtig für dich in der kommenden Zeit. Wenn du einen klaren Weg in eine Angelegenheit finden möchtest hier, wenn du dein Ziel finden möchtest, den Weg finden möchtest, der für dich der richtige ist, vielleicht solltest du hier irgendwo nach dem Ausschlussverfahren gehen und erst mal das rausfiltern, was für dich nicht relevant ist. Okay, weil ich habe das Gefühl, dass es hier zum Beispiel Meinungen von Menschen in deinem Umfeld gibt, die im Prinzip nicht wirklich relevant für dich sind. Oder vielleicht, wenn du dich in irgendeiner Art beruflichen Konkurrenzsituation oder sowas befindest, solltest du dich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Stell dir die Frage, wen möchte ich wirklich erreichen? Konzentrier dich auf ein paar wenige Personen in der kommenden Zeit, die wirklich wichtig für dich sind, die wirklich relevant für dich sind. Wenn es zum Beispiel ein Thema gibt, über das du mit jemandem reden möchtest, dann stell dir die Frage, mit wem sollte ich darüber reden? Muss ich wirklich mit jedem darüber reden? Mit wem macht es Sinn, darüber zu reden? Welche Person kann mir vielleicht weiterhelfen? Welche Person ist hier vielleicht großzügig und kann mir weiterhelfen? Welche Person möchte ich erreichen? Weil ich glaube, hier gibt es Menschen, die bereit sind, dich zu sehen, die bereit sind, dich wahrzunehmen, die bereit sind, dir weiterzuhelfen, mit dir zu kooperieren, mit dir zusammenzuarbeiten, sich mit dir auszutauschen, wie auch immer. Aber ich glaube, du musst für dich herausfiltern, wer diese Personen sind und spezifisch dich auf diese Menschen ausrichten. Ja, ich bin mir sicher, dass zum Beispiel Familienmitglieder eine Meinung zu deinem beruflichen Weg haben. Aber vielleicht sollte deren Meinung aktuell nicht so viel Relevanz haben, sondern vielleicht solltest du eher mit jemandem darüber reden, der zum Beispiel einen ähnlichen Weg beruflich verfolgt wie du und dir wirklich greifbare, nützliche Ratschläge geben kann oder dich unterstützen kann oder wo du weißt, diese Person könnte mich motivieren, anstatt mich von diesem Weg abzuhalten oder sowas in der Richtung. Wenn du in beruflicher Hinsicht irgendetwas präsentierst oder vermarktest, versuch wirklich, eine spezifische Zielgruppe rauszufiltern, spezifische Personen oder Unternehmen, auf die du dich ausrichten möchtest, versuch nicht zu sehr, so viele Menschen wie möglich anzusprechen, sondern die Menschen, die dir wichtig sind, die Unternehmen, die dir wichtig sind, die Zielgruppe, die du im Auge hast, so gut und spezifisch wie möglich anzusprechen. Ich glaube, es ist wichtig, hier eine Intention zu haben, eine Absicht zu haben, ein klares Ziel vor Augen zu haben, genau zu definieren, was du wie erreichen möchtest. Also, ich glaube, in beruflicher Hinsicht, dein Erfolg hängt so ein bisschen davon ab, wie gut du auf die spezifischen Anforderungen von den wichtigsten Menschen oder Unternehmen eingehen kannst, anstatt dich an der Meinung der Allgemeinheit zu orientieren oder anstatt Meinungen mit einzubeziehen, Anforderungen mit einzubeziehen von Menschen oder Unternehmen, die eigentlich gar nicht relevant sind. Versuch hier zu filtern in der kommenden Zeit und das nicht nur in beruflicher Angelegenheit, sondern auch, wenn es um persönliche Angelegenheiten geht, die du mit anderen Menschen besprechen möchtest. Ich glaube, du wirst die Hilfe, die Unterstützung, die Großzügigkeit erhalten, die du brauchst, wenn du dich an die richtigen Menschen wendest. Okay. Lass uns die Achtermaterialien ansehen. Wofür steht die hier noch? Bei dieser Kollektivlegung. Zu Achtermaterialien haben wir die Königin der Kelche. Worum geht es hier genau? Dann haben wir die Zehn der Stäbe. Für manche könnte es aktuell sein, dass Familienangelegenheiten etwas stressig sind. Wenn du dich hier bemühst, könnte das definitiv bald besser aussehen. Deine Beziehung zu manchen Familienmitgliedern könnte sich in der nächsten Zeit verbessern. Wenn das etwas ist, worauf du dich fokussieren möchtest, was dir wichtig ist, dann kann es da definitiv Fortschritt geben. Ich sehe hier etwas mehr Weichheit, Zärtlichkeit. In einer Situation, die vielleicht in der letzten Zeit etwas hart war oder eine gewisse Härte oder Stärke erfordert hat. Ich glaube, jetzt wird hier etwas mehr Feingefühl, etwas mehr zarte Energie zugelassen werden. Ich weiß nicht genau, was das hier ist. Ich habe das Gefühl, dass du deine weiche Energie hier in eine Beziehung oder in eine Situation mehr einfließen lassen kannst als vorher. Und hier kommt für mich durch, dass dir das gut tut, dass dir das vielleicht mehr liegt als dieses übertrieben Taffel in einer Situation. Ich weiß nicht, ob es hier um eine berufliche Angelegenheit geht oder um eine Beziehung, wo du immer das Gefühl hattest, stark sein zu müssen. Jetzt kannst du mehr dieses Weiche zulassen. Deine verletzliche Seite kann etwas mehr zum Vorschein kommen. Deine intuitive, liebevolle Seite kann mehr zum Vorschein kommen. Und ich glaube, das wird sich gut anfühlen. Okay. Also ich sehe eine Situation, die vielleicht in Zukunft nicht mehr ganz so stressig sein muss, nicht mehr ganz diese Taffness erfordert, sondern wo du ein bisschen mehr deine zarte Seite zeigen kannst und das sogar auch, ich sag mal, erwünscht ist. Ja, das kann eine Beziehung sein, wo du nicht mehr Taff sein musst, sondern dich vielleicht mehr fallen lassen kannst oder deine Liebe, deine Zuneigung mehr zeigen kannst. Deine Bedürfnisse mehr zeigen kannst und anderen Menschen mehr erlauben kannst, auf sie einzugehen. mehr kreativ sein kannst, fließen kannst, so gesehen. Und für manche kann es ja auch um eine andere Situation gehen, eine berufliche zum Beispiel, wo deine kreative, intuitive Seite mehr gefragt ist. Aber ich glaube, wo auch immer das der Fall ist, dir liegt das. Dir liegt das, diese entspannte, ich sag mal, zärtliche, liebevolle Energie, dieses kreative, intuitive mehr auszuleben. Deshalb glaube ich, dass dir das zugutekommen wird, wenn du hier nicht mehr ganz so tough und super, ich sag mal, hart sein musst. Okay. Ja, ich würde sagen, wir legen jetzt noch eine Starseed-Karte für dich dazu und wenn du Interesse an einer persönlichen Legung hast, dann findest du den Link dazu unten in der Infobox. Dort gibt es außerdem einen zu meinem Instagram-Profil. Wenn du das abchecken würdest, würde es mich freuen. Lass uns schauen, was können dir die Starseed-Karten noch mitgeben. Wir haben hier You're not for everyone. Du bist nicht für jeden gedacht. Embrace your weirdness, face your true north. Du sollst deine außergewöhnlichen und speziellen Seiten feiern und ausleben und zeigen, ohne zu viel darüber nachzudenken, wie andere Menschen darauf reagieren könnten. Und hier kommen wir wieder zu diesem Filter. Ich glaube, du musst nicht mal ganz bewusst filtern in jeder Angelegenheit in der kommenden Zeit im Sinne von wen will ich erreichen, sondern ich glaube, dass sich in manchen Situationen vielleicht auch automatisch zeigen wird, wer hier die richtige Person ist, der richtige Ansprechpartner ist, das richtige Unternehmen ist, indem diese Partei, sage ich mal, auf dich reagiert. Ich glaube, einfach, indem du zeigst, was du kannst, was du drauf hast, wer du bist, was du zu bieten hast, wirst du herausfiltern, wer zu dir passt oder was zu dir passt, welcher Weg zu dir passt und dieses Rauschen so ein bisschen mindern, sagen wir es so. Ja, ich glaube, dein Weg wird klarer, deine Ziele werden klarer, du wirst nicht mehr dieses Chaos oder diese Verwirrung spüren, weil du zum einen selber vielleicht bewusst alles andere rausfiltern kannst, was irrelevant ist für dich, aber zum anderen glaube ich, dass sich teilweise auch dieses Rauschen, alles Unnötige selber rausfiltert, weil es vielleicht mit dir gar nicht so resoniert. Aber ich glaube, für dich wird in der nächsten Zeit einiges klarer werden, die Menschen, die an deine Seite gehören, die Wege, die du verfolgen möchtest, werden klar für dich werden, weil du einiges rausfiltern kannst, was nicht ganz passt einfach. Okay? Also ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat, dass du was daraus für dich mitnehmen konntest. Ich wünsche dir heute noch einen schönen Resttag und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist.